herzlich willkommen zu einem shop video wenn ihr video vorschläge und video wünschen für das heutige video habt schreibt gerne in kommentare außerdem würde ich mich auch freuen wenn ihr diesen kanal abonniert dann verpasst nämlich auch keine weiteren videos mehr und ich würde mich natürlich auch freuen wenn er generell auch die videos immer bewertet kompiert und teilt dann werden sie nämlich auch weiter oben im algorithmus vorgeschlagen und wäre auf jeden fall super nice und ich würde sagen schauen sie direkt den item shop an und dort haben wir heute tatsächlich keinen neuen skin alles nur alte skins und nicht mal eine neue waffen lackierung oder so ich würde sagen wir gehen trotzdem einmal auf der ganz linken seite dort haben wir einmal den traum skin dann noch den luminos gene die astral achse als spitzhack dazu sowie die splitter bruch lackierung und den arcana gleiter den konnte man ja glaubt ja auch irgendwann mal in season x oder in season 9 bekommen kostenlos bekommen und deshalb sollten ihn wahrscheinlich die allermeisten tatsächlich haben dann aber als nächstes hier den baukumpel hier gibt es hier verschiedene stile einmal den schweine den rind in vegetarisch und dann noch den garnieren stil dann gibt es dazu noch die knödel keller als spitzhack als nächstes haben wir dann noch den oblivion skin ist im prinzip die war der weibliche omega skin und da gibt es natürlich auch noch formen vom karbeit skin die weibliche sohn das hier kriterium und dann gibt es noch den terminus gleiter dazu als nächstes haben wir dann noch den spiel ranger dann die eistapfen schwitzhack als nächstes noch den wackeln mode dann haben wir noch den gesamten skin als nächstes die tanztherapie und dann als letztes noch den abfeiern mode dann haben wir noch einmal in den sonnenangebot natürlich immer noch einmal den captain america skin dort ist ja immer noch das gleiche dass man das backpack auch als spitzhacken benutzen kann das heißt wie gesagt entweder kann man das hinten als backpack drauf haben oder eben als spitzhacken benutzen und dann habe tatsächlich heute nicht mehr die haifisch skins drin sondern heute den strandbomber der war gestern wieder im shop drin und dann dazu gibt es auch noch die farbensternchen lackierung und den farbenflieger gleiter ich denke mal dass jetzt immer hier bei den sonnenangeboten dann paar sommer skins durch rotieren werden als wenn die dann am anfang hier sind werden wahrscheinlich dann noch vier tage danach oder drei tage danach in den sonnenangeboten sein und dann kommt der nächste skin auf jeden fall war es dann auch schon mit dem shop video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten video ciao